Hallo, mein Name ist Roman Karolczyk, ich bin Fotograf und lebe in Niederösterreich. Heute bin ich hier in Amstetten. Hier findet die EISSTOCK-WM 2018 statt. Wir haben hier eine große Anzahl von Teilnehmern, Funktionären und die sollen alle einen Ausweis bekommen. Dieser Ausweis und auch die Bilder für diesen Ausweis werden dann verwendet, um auch die Anzeigetafeln zu bespielen mit dem jeweiligen Athleten, der dann entweder gewinnt oder knapp vorbeischießt. Man weiß es nicht so genau. Welcher Workflow dahinter steckt, das möchte ich euch im folgenden Video zeigen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der jeweilige Athlet wird dann angezeigt. Warum diese hellbeleuchtete Hintergrund und kein Papier? Das soll uns dabei unterstützen, dass wir diese Bilder, also die Fotos dann schön ausschneiden können und hinten transparent legen können, möglichst einfach, möglichst schnell, ohne viel Arbeit, damit man dann auch auf den einzigen Tafeln die Sportler dann praktisch mit einem anderen Hintergrund präsentieren kann, wenn es gefordert ist. Ja, also wir haben es jetzt geschafft. Wir mussten schauen, dass die Bilder, die hier mit Tethering hereinkommen, in den administrativen Bereich hier in der Halle kommen. Wir haben es so geschafft, dass ich die Bilder von der Kamera hier lokal ablege und als Zielordner für die Übermittlung einen Dropbox-Ordner angegeben habe. Das heißt, nach dem Schießen, nachdem das Bild hier angekommen ist, kommt es in den Dropbox-Ordner und von dort wird dann im administrativen Bereich es mit einem Rechner, der auf dieses Verzeichnis im Dropbox-Ordner freigegeben ist, abgesaugt und verarbeitet. So haben wir ja zumindest diesen Stress weg, dass man es hier direkt vor Ort beschlagworten muss. Die Leute kommen hier mit einem Akkreditierungsschreiben und demnach wird dann nur die Nummer, diese JPEG-Nummer, auf diesen Zettel eingetragen und somit können sie dann dort in der Administration das zuordnen. Das war tricky, weil eben mehrere Programme involviert sind. Andererseits ist das Programm, das ich brauche für meine Fuji XT2 involviert. Das ist das hier Acquire, ein Gratis-Tool von Fuji für das Tethering. Und hier muss mir die Einstellungen getroffen werden, in welchen Ordner der das wegschickt. Also ich schicke es hier weg in den Ordner, den ich hier lokal liegen habe. Es gibt dann bekannt, dass es sich um JPEG handelt, was ich übermitteln wollte und lasse, belasse auf der Karte, praktisch JPEG und RAW. Das ist das, was ich übermittelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die kamera momentan eingestellt ist also ist eine xd2 mit einem 1 200 verschlusszeit mit einer blende von 1.2 iso 1600 keine korrektur keine belichtungskorrektur aber ein customer setting bei der white balance das habe ich nämlich gebraucht für dort für diese halle es war unterschiedliches licht und 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 möchte ich nicht vertiefen jetzt ist es soweit jetzt gehen wir in die slide rum rein gut ich habe das schon vorhin gestartet gehabt um nicht und euch immer wieder zu zeigen wenn die programme starten jetzt gehen wir hier rein und datei und hier gibt es einen punkt bitte nicht den punkt besser aufnahme nehmen das ist nicht unser punkt das ist für ganz andere kammer systeme gedacht funktioniert das wir kennen und dergleichen aber nicht für die fuji fuji bringt ja dieses werkzeug extra mit wir müssen auf automatisch importieren aktivieren gehen ja hier einstellungen für den automatischen import so ich habe ich hier bereits und zeige ich jetzt nun hoppla tatsächlich nun den ziel was hier noch ist es gibt einen zielordner wo die bilder über den usb stick in den pc reingehen und der zielordniss bei mir fuji film also dokumente in meinem benutzer profil fuji film x equal dort geht es rein und das muss auch dastehen also diesen dieser wert muss auch hier im leid drum eingetragen sein damit man vom selben sprechen wenn hier ein bild reinkommt dass der was ruft ist ein neues bild gekommen und dann schiebt er dieses dieses bild ist im web dann kann ich das jetzt da definieren schiebt das bild das da reinkommt in acquire x acquire in den ordner pictures wir haben es bei unseren aktion so gemacht nicht erschreckend das ist jetzt einfach dass die kamera lange nicht benutzt von diesen jetzt ist in den schlafmodus gegangen deswegen hat sie sich wieder ausgestalten dass es wieder graue wenn ich sie einschalte da funktioniert das ganze wieder so also wir haben bei der veranstaltung ist sind wir hergegangen sind okay unser ordner ist ein dropbox rein haben hier ein verzeichnis gemacht vielleicht sollte ich das zeigen das ist vielleicht einfacher ok stopp neue norme neue ordner test so ich weiß nicht wie viel test ordner schon gemacht aber es ist nicht wenig dann soll ok worden aus wenn test ja gut jetzt gehen die bilder die next war reingehen dann werden sofort mit dem leitung verschoben nach test und dort steht dann einen unteren import wenn sie keinen an gibt es das geht nicht der verlangt irgendeinen ja sieht sie das man muss irgendein zeichen sein so einfach import da haben wir zumindest einen namen aber die datei umbenennung könnt ihr noch anreißen könnt sagen die dateien sollen nicht dass die sfx 135 er kommen sondern benutzer definiert von euch dass die dateien heißen aber es ist nicht notwendig gesagt noch einmal die entwicklungseinstellung davon weit um könnt ihr da anwenden dass die bilder gleich umgewandelt werden mit irgendwelchen kontrasten und dergleichen die meter dateien wenn sie welche definiert hat könnte die auswählen ihr könnt stichwörter zu den du den durchgeschleusten fotos geben und ich persönlich mache meine erste schon immer auf standard es gibt viele leute die sagen einfach minimal und ja ich mag es auf standard also das ist eine geschmackssache und hat auch mit der geschwindigkeit zu tun weil die bilder dann aufbereitet werden müssen aber ich bin drauf gekommen standard ist okay das momentan okay so jetzt gehen wir noch einmal her schalten die kamera ein wenn wir zu lange wie gesagt ob nichts getan haben wenn es ordentlich gelingt und wenn es gelingt dann werdet ihr sehen dass dann irgendwann wieder xd2 steht und der nächste kamera wieder aus so ich mache jetzt ein komplett sinn entleertes bild von von etwas was hier auf den schreibtisch steht hier bitte nicht nicht die großen fotografie künstler so jetzt warten wir also ausgelöst habe ich es kommt über das usb kabel zack und die standard für schaffe dieses teil wird jetzt da erzeugt gut ich mache jetzt noch ein paar andere fotos diejenigen die sich jetzt wundern warum du nur ein bild kommt denn wir haben mit gpeg und wo eigentlich ja das habe ich so eingestellt das habe ich so eingestellt um die voransicht dieses tethering dieses ansehen können nach dem nach dem schuss ansehen können zu beschleunigen ihr könnt euch auch in den slide drum das zeige ich bei den nationen hier in der slide drum auch natürlich die rote der über mitteln lassen nur für eine ansicht für eine voransicht ist es halt eine rote hat wesentlich mehr megabyte als eine gpeg datei und da wird es im langsamer die noch mal die bilder sind auf der kamera drauf ja die bilder sind gpeg und wo ist beides auf der kammer darauf was wir hier machen ist eine reine voransicht des bildes und soll dazu dienen dass der kunde oder derjenige der fotografiert wird oder die das team das fotografiert weiß wie schaut das jetzt unbedingt aus müssen wir jetzt an licht was machen müssen jetzt am kunden was machen und 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 also das ist der sinn von tethering und ok so jetzt gehen wir einmal in meine dropbox schnell rein gehen wir auf den dropbox an der test den ich mir extra angelegt habe der hat sich in der zwischenzeit synchronisiert und jetzt sind in diesen dropbox ordner test drinnen zu import das wird es unter verzeichnen wir gesagt man muss ein unter verzeichnis angeben und hier haben wir nun die bilder bereits übertragen und wenn sie jetzt jemand haupt zum beispiel ein grafiker oder ein sonstigen jemand der auf die bilder wartet dann kann er dann faktisch über diesen dropbox sondern gleich die dateien sich raus und man kann dann natürlich auch roter teine reinschießen ist alles kein problem es ist nur eine frage der zeit die ich zur verfügung habe wenn ich das tue in dem sinne lasse ich euch einmal mit diesen gedanken ob das jetzt das sinnvoll oder nicht sinnvoll vielleicht ist zurück wenn es euch gefallen hat ich freue mich immer wieder einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat und ihr setzt zum ersten mal auf diesem kanal abonniert sind es gibt dabei 55 einzelne videos auf diesem kanal und ich wünsche euch mit eurer ausrüstung die besten fotos die ihr schießen könnt bleibt so gewogen bis zum nächsten mal roman karl check und ja